Hi, ich bin Benni, Produktmanager für die Skihelme bei UWEX Sports und ich zeige euch heute, wie man beim UWEX Invictus den Kinnbügel anbringt. Klappt die Stoffabdeckungen auf beiden Seiten nach außen auf. Drückt die Wangenabdeckungen von innen nach außen weg. Klickt die Rahmenabdeckungen auf beiden Seiten ein. Diese sind mit rechts und links markiert. Steckt die Bajonettverschlüsse auf beiden Seiten durch die dafür vorgesehene Öffnung. Verwende gegebenenfalls die Montagehilfe. Setze den Kinnbügel auf beiden Seiten auf die Bajonettverschlüsse und drehe sie im Anschluss im Uhrzeigersinn zu. Willst du die Höhe verstellen, öffne auf beiden Seiten die Bajonettverschlüsse und bring den Kinnbügel in die richtige Position. Klappe zuletzt beide Stoffabdeckungen zu und drücke sie in das Wangenpolster. Viel Erfolg beim nächsten Wettkampf mit dem UWEX Invictus!